Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hohe Automatisierung, Breitbandvernetzung und weltweite Logistik gefunden. Beste Voraussetzungen für Industrie 4.0 Suche bitte Einträge für Forschung. Positiv, Optronik, Halbleitetechnik, Sensorik, Komponenten für Luft- und Raumfahrt. Nicht schlecht. Vernetzung und Fachkräfte. Anschluss an Autobahn gefunden. Ausbildungsverbund und qualifizierte Mitarbeiter vorhanden. Landestheater und kulturhistorische Sammlung gefunden. Suche große und sehr gut erschlossene Fläche für mögliche Industrieansiedler. 50 Hektar im Industriepark Nowitz gefunden. Freie Kapazitäten. Es sind noch freie Flächen vorhanden. Suche Flughafen. Direkte Anbindung an Leipzig-Altenburg Airport. Bitte prüfe Förderung. Check läuft. Top-Fördersätze gefunden. Einige Unternehmen haben sich hier bereits angesiedelt. Perfekt. Landung vorbereiten. Wir sehen uns das jetzt mal genauer an. 30, 20, 10. Allgemein. stark gestalt. ... ... ... ... ...